Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz der Zweitliga-Begegnung GWD Minden gegen den Dessau-Ruslauer HV 06. Wir hatten einen Halbzeitstand von 19 zu 21 und einen Endstand von 39 zu 41. Das ganze Spiel haben 1262 Zuschauer hier am Sonntagabend in der Kamperhalle gesehen. Ich darf recht herzlich begrüßen den Trainer unserer Gäste Uwe Jung-Andreas und bitte um dein Statement zum heutigen Spiel. Ja, schönen guten Abend. Ja, es war das dritte Spiel in dieser englischen Woche und dafür sind beide ein ungeheuerliches Tempo gegangen, das über 60 Minuten lang. Wir hatten Probleme ins Spiel zu kommen, sind vorne nicht richtig in die Tiefe gekommen und haben vor allen Dingen in der Abwehr keinen Zugriff gekriegt. Ich glaube, nach den ersten 14 Angriffe waren alle Torerfolge, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann haben wir uns gesteigert, haben ein paar Bälle gewonnen, einen Stil gehabt und mal einen Stürmerfall gezogen und haben uns sukzessiv reingearbeitet nach dem Fünftore-Rückstand, sodass wir in der Halbzeit in Führung gehen konnten. Vor allen Dingen deshalb, weil wir das Tempo hochgehalten haben, weil wir auch Gegentore dann immer wieder mit Tempo beantwortet haben. Und das hat sich eigentlich in der zweiten Halbzeit fortgesetzt, eine sehr ordentliche Angriffsleistung im Positionsspiel, viel Tempo, eine Abwehr, wo wir es eben nicht geschafft haben, die 1-1-Situation zu verteidigen, nur phasenweise. Und wenn wir es mal geschafft haben, das waren dann diese Quäntchen, die uns zum Schluss den kleinen Vorteil von zwei Toren verschafft haben. Aber für uns war es extrem wichtig. Wir wussten, dass wir hier im 1-1 dem Ganzen nicht über 60 Minuten Stand halten können. Aber für uns war es wichtig, das Tempo hochzuhalten und Gegentore möglichst sofort wieder im Tempo zu beantworten. Und das ist uns heute gelungen. Und deswegen, glaube ich, haben wir das Spiel gewonnen. Danke. Vielen Dank für dein Statement. Auch recht herzlich begrüßen darf ich natürlich unseren Trainer, den Trainer von GWB Minden, Adelstein Elfson. Und bitte um dein Statement zum heutigen Spiel. Ja, schönen guten Abend. Klavuwe hat das relativ gut zusammengefasst. Wir haben, finde ich, zumindest was Angriff betrifft und auch ein paar Bälle von Malte bekommen, haben wir uns im Gegenstoßen oder halt mit sehr schnellem Spiel sehr guten Angriff gespielt bis zum 15.10. Da laden wir Dersau wieder ein mit eigenen Fehlern, wo die dann halt uns kontern. Und so lief eigentlich das ganze Spiel. In der zweiten Halbzeit waren wir stabil im Angriff, haben eigentlich sehr gute Aktionen halt rausgespielt. Und natürlich mit Armin heute in der Form war er halt überragend. Wo ich extrem enttäuscht bin von uns, ist einfach die kleine Arbeit, die am einfachsten ist. Das ist der Rückzug, die Zweikampfhärte in Deckung, diese Bereitschaft in vielen Aktionen. Das hat heute nicht gereicht, um, egal ob das erste oder zweite Bundesliga ist, ein Spiel zu gewinnen. Und da kriegen wir einfach heute viel zu viel über die Mitte, auch im Rückzug, wo wir traumen und werden halt überrannt, wo wir wechseln. Permanent die Wechselspielerin in den falschen Raum läuft. Es war einfach zu viel Chaos in unserem Rückzugsverhalten. Und auch unsere Unterzahlabwehr war auch sehr offen, sehr eindimensionell. Und wir schaffen das nicht, dem Raum, den wir halt abgesprochen haben, zuzumachen. Dann machen wir natürlich ein Torhüter wiederum, wie gegen Aue, kein Gefallen mit unserem Deckungsverhalten. Und irgendwann hat er das auch schwierig, wenn er permanent von Gegenstoßen oder frei von Zentrum Tore bekommt. Und extrem enttäuschend, 39 Tore zu Hause müssen in 99 Prozent Fällen reichen, um ein Spiel zu gewinnen. Aber 41 zu kassieren wird zu 100 Prozent nie reichen, in einem Spiel, wenn du die zu Hause bekommst, zu gewinnen. Und die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, ist sehr enttäuschend. Und wir müssen natürlich so schnell wie möglich hoffentlich Verstärkung in den Innenblock bekommen, dass wir da ein bisschen mehr rotieren können. Aber trotzdem, heute war das in keinsten Fallen unser Abwehrverhalten, was wir sehen wollen. Vielen Dank. Andererseits muss ich auch sagen, heute im Stand von 37, 38 Ballgewinn bei GWD. Wir wollen einen Gegenstoß laufen und da muss mir jemand die Regeln klarer erklären, wieso wir da, wo Armin einen Fuß draußen lässt, warum wir da den Ball verlieren. Die Regelauslösung habe ich so noch nicht gesehen und ich würde gerne nach dem Spiel das genauer wissen, warum wir da nicht den Ball kriegen. Vielen Dank für dein Statement. Gibt es Fragen aus den Bereichen der Pressevertreter? Das ist nicht der Fall für das Protokoll. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche gute Heimreise für euch und genieße die Pause, schließe mit die Pressekonferenz. Das ist nicht der Fall für das Protokoll.